Oh! Sag's doch nicht verkehrt rum! Das hat die Verwirrung des Todes gestiftet. Kürzlich im NSFW-Channel auf dem ZDU-Server. So habe ich geschrieben... Okay, jedenfalls seine ich, aber... WTF? Dann hat jemand geschrieben... That's what this channel is about. Nein! Nein! Ich bin so unfähig! Was hat dich falsch gemacht? Du hast es schon, du Pfosten! Aha! I got bitches in my hair and I won't give us... Was ist das? Kennt man das? OHHHHH! Was? Npractworks! Ich habe es extra gleich muss gefallen, Jungs! Ähm... Was? Ein Wege. Ach du! Ehm... Ähm... Du weisst du! Ähm... Nein! Es hat mir klar.. Du kannst mir nicht besser lernen. Ich weiß! In deutsch sollt den Mann wir kennen. Nein, eigentlich nicht. Ja, gut. Alter, kam er jetzt aufgeschrieben, ich hab's tausendmal geschrieben. Alter. Ähm, okay, ich kann nicht deutsch. Merkt man immer beim Video aus Tränen. Ja. Alter. Oh, nein. Was? Ui. Ja, geflachtet, Alter. Das bekommst du gleich von deinen Freunden. Hahaha. Hahaha. Scheiße. Das bekommst du, weil du keine Freunden hast. Welchen Freunden wollte ich gleich sagen? Alter. Ich bekomm nur Updates. Hahaha. Ok. Ähm, wie geht's eigentlich mit dem Hol... 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 Schle... Schei... Hahaha. 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 Mit dem... Mit dem Holz Scheisse. Mit dem Holz. Ja. 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 Du kannst es machen, du hast es nicht. Teaside behinde, behinde. Energy. Was gibt das für ein Wort, Alter? Indementrische. Batterie. Wow, geiler, ich hatte mein Mikro nicht an. Ja, ja. Geiler, egal. Äh, ja, dann nochmal. Saludli. Scribblio. Mit dem, ähm, mit dem, mit dem... Nein, nicht dumm, durch dumm Squat. Was? Was zur Hölle? Heute? Heute hat es... ...geregnet. It's an Wurz. Alter. Und ich hab gedacht, es sei früh, aber ich war ein letzter. ... 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 War das die Folge mit diesem, äh, mit dem Kreis wegen diesem Bär? ... 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 Ich habe ein kleines Eikon. Ah fuck. Hä? Ein bisschen flach gedrückt. Sorry für den, ein bisschen flach. Oh no! Das brauchen wir alle geraten. Ja, ja klar! Alter! Ich weiss. Das ist die ganze Knappe. Nein, das ist nur zusammengedrückt. Als erstes dachte ich, das wäre Twitch. Mhm, das ist eben auch. Habt ihr das Discord-Logo in der Taskleiste gesehen und dann sind wir draufgekommen? Nein, das habe ich gesagt nicht. Ah, ok. Ich habe einfach nur... So, wir machen es nicht. Ja, nein. Alter! Wie behindert! Wie scheiss Fender! Hahaha! 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 Eigentlich war ja eine Orange gemeint, aber so geht es auch. Hahaha! Hahaha! Wie geil! Oh, weiss, weiss! Schliesslich hast du dir irgendetwas anderes, aber ich weiss selber nicht, was ich lese! Weiss! Schliesslich! Mmmh! Mehr sage ich nichts! Mehr sage ich nichts! Lern Deutsch, ey! Und vor allem spreche Hochdeutsch! Hä? Alter, wie dumm! Ui! 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 Es Quadrat! Wo siehst du ihr bitte? Ein Quadrat! Und... Und Ewa! Ewa! Wir sind die Hochdeutschen! Was laberst du? Du laberst die ganze Zeit bei Android! Du hast gerade gesagt... Es Quadrat! Ja genau! Genua! Genua! Ui! Woher kommt noch mal der Insider Oel? Das ist... Oh! Wie war gleichzeitig! Ne! Wenn du dich schneidest... Wenn du dich schneidest... Was kommt draus? Ich spüre mal... 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 Dafür gibt es einen Daumen nach unten... Oh! Weiss ich noch... Dafür gibt es erstmal einen Daumen nach unten... Oh! Nein, es heisst nicht Minecraft... Ah, schade... Oh! 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 Es ist nicht das einzige... Es gibt noch ganz viel mehr! Oh! 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 Was ist das? Hey komm! Alla! Ich muss doch verraten! Ich hab das jeden Tag was mit dem zu tun! Das ist nur die Vorliebe! Wie du bist! Oh! Video Spiel... Da, 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 dann hättest du noch mehr der Spiele machen sollen, so wie Fortnite und so... Alter! 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 Das war jetzt geil gewesen! F**k So, wassit? Okay Ey, Mr. Tomas von den Insider kennt sonst Ehm Ihr Mettet von Zombiesburgisch nie, einfach mal Ikea Ikea If I ever see your face around these parts again Ikea Ey Es gibt so viele Witze drin, was? Ja F**k my life Warte, warte, ich hör mir kurz die Dings an Ach man Wirklich nur mit einem bestimmten Wort Ja geil, Alter Okay Okay, dann mach ich jetzt mal das So So Hä? Was zum Teufel? Alter, das kennen wir Tigo wird es gleich erraten, ich schwör Ja Wie hat dich das jetzt erraten sollen? Dafür müsstest du einfach die Witze kennen Alter 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 Du hast gerade gesagt, es hat nichts damit zu tun Seriously Was? Wer macht das? Gift Salz Slats Was zum Teufel? What the f**k? Aha Hä? Gläsig Ja was gläsig Was gläsig? Was gläsig Was gläsig Was ist das? Gseht das ein Wind Nein, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das Schwätzchen? Du kannst etwas dritt tun, Alter Was zur Hölle? Hä? Alter Alles Quatsch Alles Quatsch Nein, hä? Alle wollen die schweißen? Sie sind ja längst abgeflochten Alter Oh Nein Was? Ui Die haben geflochten, Alter Das bekommst du gleich von deinen Freunden Das bekommst du gleich von deinen Freunden Das bekommst du Das bekommst du, weil du den hast Welchen Freunden wollte ich gerade sagen? Alter Ich bekomm nur Updates Hahahaha Ok Ich habe gerade gedacht, dort sei ein Fleck auf dem Bildschirm Aber das war mein Cursor Der braun ist noch von vorhin Also das ist ein Ich glaube jetzt nicht nach was das aussieht Ehhhh Ok man geht rein Jemand geht Jemand geht hier rein Ja Aber Man kommt nicht mehr raus Nein Und jetzt hat man hier ein schönes Panorama Was sieht man hier an diesem Panorama? Was betrachtet man mit den Augen? Was? Zum Teufel? Achso Man geht in den Tunnel Tunnel ist das erste Wort Und zweitens Man sagt ja einige Menschen an deinen Tunnelblick Jetzt dürft ihr gerne mal ran Welches Wort ist was Was? 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 Oh Gott Tunnelblick 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 Alter Seriously? Hey Ich bin nur so gedacht Das kein Game ist Nein Jetzt habe ich auch gedacht Oh Ein schönes Auto Ein Berg Oder? Ein Drehbäger Oh Da war ich Ja fuck my life Ok Für Minecraft Spezialisten Dort gibt's Dort spawnen Slimes Fuck Zerplaner Hahahaha Alter kann ich auch mal mich gerade ausmalen Hä? Zunschfeste Alter schau mal in den Chat Schau in den Chat was du geschrieben hast ey Gesehen? Ja eben Ja eben Zun Zunfeste Alter 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 Das sieht er gar nicht weil du es schon richtig hattest Ist das dein Ernst? Sorry Suntf 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 WTF F*** 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 Ich triggere alle Öh F*** 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 Ok das ist zu f*** F*** Alter Merk du ist das Erste Also F*** F*** Was zum Geier F*** 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 Jetzt war so ein Wacom Tablet geil F*** 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 Alter Alter ist das grad ein Abs Das ist ein scheiss gut Zeichen Was du machen willst F*** Ach du Scheisse F*** F*** Du macht dann einfach so eine Banane hin So, auf das erstmal eine runde Kornflex Schokolade wenn ich kein Schlitzauger weil er Lampenmessi die ist Lampenmessi fuck NEIN du hast mich total verwitzert du hast schon geniesen 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 telekines das haben wir alle schon mal in der Hand gehabt hä? NO! Alter ich hab's grad geschrieben und hab mich schon wieder vertippt oh fuck haha NEIN warte ich schreib's dir noch vor alter 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 oh haha nein 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 Deutsch sollt den Mann kennen nein eigentlich nicht ja gut alter kam er jetzt aufgeschrieben ich hab's tausendmal geschrieben alter ähm ok ich kann nicht deutsch haha merkt man immer beim Videos trennen haha ja haha ich glaube ich habe ihn ein bisschen beleidigt ok warte mal das hier ich kann keine Controller von der Seite zeichnen deshalb sage ich euch dass das ein Controller ist jetzt hat er nur Punkte ja jetzt kommt das Wort was? what the fuck? ok ich zeichne es nochmal das ist ein Controller kapiert man das echt nicht ja er hat's ja alter Deutsch ich bin auf Deutsch gestellt aha haha nice hä? ja 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 seriously? und einfach wireless ich habe gerade das Kabel durchgestrichen und einfach wireless geschreit und dann habe ich gesagt Deutsch ha? alter alter ich glaube ich quitte die Runde gleich Cover GETTLE ich habe ha mai war oh Gott ja sollst du noch gute Ruhe ja ich muss auch mehr rausschneiden zu rum kreuzer so jetzt ich sterbe seine Mutter Alter, geht dir auf den Sack nicht das? Nein! Das ist ein Simbel ein Simbel? Was zum Teufel ist ein Simbel? Was? Aber was ist das? Das sieht aus wie das Gomme-Logo Ja, ist es auch Alter Wieso kamst du auf Gimbel? Keine Ahnung, was hast du sowas gesagt? Hä? Du hast was ähnliches gesagt, dann habe ich heute hinten gesagt Manchmal eh Okay, okay, okay Nein, 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 nicht okay, nicht okay Jetzt muss ich mal vorab mal hinfließt Das ist das Problem! Du bist selber schuld! Alter, geht dir auf die Nerven Ich glaube ich lasse das alles drin Einfach nur damit damit alles sehen was ich für den Nerven Ich glaube Hashtag Internet hat das sicher 3 Sekunden aus Äh Was ist das? Das ist eine Nuss, du hol Nuss Und was knackt ein Nuss? Einen Pack? Ja 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 Nusskack Ja 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 Wie? LGG Hey I'm Gay What? Ein Star Mit Ein Star Patrick Star Mit einem fetten Hinder Was? What the Tenn? Nein, das passt nicht rein. Kim? Ich weiss, ich weiss doch nicht wie die heisst. Ich hab den Namen, ich hab den Namen. Snell, copy, copy. Nein. Nein, nein, nein. Ich hab sie gegoogelt. Aber, 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 komm, 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 komm. Komm, ja. Aber du weisst nicht, ob sie einen festen Sinn haben hat. Oh Mann, die hat's wirklich, du weisst. Was? Oh du scheisse. Ich hab die Pics. Was im Geier? Ich hab die Pics, stimmt. Ich hab die Pics in mein Haar und ich wunke. Was? Ich hab die Pics. Was? 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 Oh. Nein. Oh. Oh. Ich hab die Pics. Schlaufe. Schlaufe, Schleife, Schleufe. Schleifen. Schleift's bei dir im Kopf oder was? Oh nein, fucks. Ok. Hey. Ach scheisse, ich kann den nicht bringen. Doch, bring ihn, bring ihn. Ich bring ihn. Wie geht's eigentlich mit dem Holzschle... Schei... Hahahaha. Boah. Hahahaha. Mit dem... Mit dem... Mit dem Holzscheisse. Ja, ist jetzt gut. Ist jetzt gut. Ist jetzt gut. Wir sind gleich am Ende. Alter, geh halt auf die Nerven. Ja, Ruhe jetzt. Ja, Ruhe jetzt. Boah. Ich zieh gleich aus, ey. Hey, Gaming-WG, Gaming-WG! Incoming. Okay, wie nennt man dieses Hemd? Irgendwo... In einem bestimmten Land sieht man das halt sehr oft. Im Sommer, im Winter, im Mond... Was im Mond? Ja, mehr Zeichnchen. Das sind Blumen, falls ihr denkt, was das... Das ist keine Wichser... Alter, seriously?! Ja, sag jetzt nichts! Merchandise. Merchandise... Ich hab' euch auch Merchandise gekauft. Ich kann's inzwischen nie sagen. Der Frick'n Portal Gun! WTF? Als Ort? WTF? Okay, mit deinem Namen drauf, oder was? Äh, nein, 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 nein. War so ein billiges Plastikteil, da hab ich mir gedacht, das kaufe ich mir, um die dort aufzustellen. Ach so. Ist mir wirklich Pöttinger arscht. Pöttinger, oder was? Pöttinger arscht. Ich hab' gestern einen Pöttinger Ladewagen zusammengebaut. Alter, die Seile waren 30 cm zu kurz, musst du dich noch spannen. Goldes, goldenes... Ja! Hä? Ein Ei, das ist ein Frick'n Ei. Und wenn die anderen... Fuck. Die anderen vor allem. Fuck! Goldenes... Goldenes... Du hast Ness zu viel. Oh! Oh! Was? Geilala! Muss ich die Folge schon beenden? Die ist erst 45 Minuten lang. Ja, okay! Keine Ahnung, will noch irgendwer was sagen? Geilala! Geilala! Jo! Schub it up!